Leben. Unterdessen hat sich Regierungskollegin Landesrätin Verena Dunst in ganz anderer Mission zu Wort gemeldet, zum Tag des Eis. Gemeinsam mit Landwirtschaftskammerpräsident Franz Stephan Hautzinger hat Agrarlandesrätin Verena Dunst heute einen Bio-Ei-Betrieb besucht und dabei unter anderem eine Eikennzeichnung für alle gefordert, also auch in der Gastronomie. Und die beiden haben die Gelegenheit genutzt, um sich als neues rot-schwarzes Agrarduo zu präsentieren. Norbert Lehner berichtet. Ein immer noch ungewohntes Bild. Die rote Landesrätin Dunst und der schwarze Bauernbündler Hautzinger vor der ersten gemeinsamen Pressekonferenz. Die beiden gehen betont freundlich miteinander um. Die Chemie scheint zu stimmen. Das Thema ist rundum positiv, das Ei in all seinen Facetten. Am Hof von Bernd Mayer in Badersdorf legen 9000 Hennen ausschließlich Bio-Eier. Ein echter Vorzeigebetrieb. Rund 20 Prozent der im Burgenland erzeugten Eier stammen aus Bio-Betrieben. Immer mehr Konsumenten wollen Bio genießen und zahlen auch gerne mehr dafür. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die sagen, ich kann mir das nicht leisten, ich will mir das nicht leisten. Der muss auch die Möglichkeit haben, dass er billigere Produkte aus konventionellen erzeugten Betrieben konsumieren kann. Eier aus Freilandhaltung kosten rund 30 Cent das Stück, Bio-Eier ca. 40 Cent. Die großen Unterschiede sind, meine Junghühner sind biologisch aufgezogen, ich habe biologisches Futter, ich habe Einstreunester und ich habe keinen Medikamenteneinsatz. Käfighaltung ist in der EU verboten. Die Herkunft der Eier ist transparent. In der Gastronomie und in Großküchen wird allerdings häufig zu Importware aus Asien gegriffen, wo keine Kennzeichnungspflichten besteht. Nämlich aus Ländern, wo Käfighaltung die Gang und Gebe ist. Und hier, denke ich, ist eine riesengroße Herausforderung für uns alle, dass wir einfach dieses Thema sensibilisieren. Zum Schluss die Frage, was die Agrarpolitikerin und der Bauernfunktionär voneinander halten. Er ist am ersten Tag auf mich zugekommen, wie alle anderen auch, und gesagt haben, okay, auf eine gute Arbeit, die Landwirtschaft verdient sich das, weg mit der Parteipolitik, kein Problem. Und ich bin sehr optimistisch, dass wir gemeinsam hier Schulter an Schulter kämpfen werden. Ob Eintracht oder Streit, Rot oder Schwarz, den Hühnern ist das egal. Sie legen Eier. 295 Stück pro Henne und Jahr.